Ja! Ich freue mich schon so auf unseren Ausflug. Ich mich auch. Und die Pferde sind auch schon ganz aufgeregt. Juhu! Auf zur Koppel! Juhu! Auf zur Koppel! Ja, Elf! Biss! Zrrr! Zrrr! Alles klar, kann losgehen. Lass uns noch Heu besorgen. Nachher sind die Pferde sicher hungrig. Ja. Na dann kommt mal raus ihr Lieben. Na kommt. Hopp, hopp. Na, seid ihr schon aufgeregt? Bist du soweit? Ja, kann losgehen. Schau mal, da kommt Förster Huber. Hallo die Damen, ich habe euch eine Ladung Heu für die Pferde mitgebracht. Oh, danke Förster Huber. Nehmt euch einfach so viel ihr braucht, ist genug für alle da. Danke, machen wir. Toll, dass wir gleich noch Heu gekriegt haben. Find ich auch. Das wird euch schmecken. Jetzt aber los. Juhu! 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 Der geht Feierabend.